Hallo, heute wollte ich euch einen kleinen Fingertrick zeigen. Dieser Fingertrick schaut echt cool aus und er schaut so aus, als würde er die zwei Mittelfinger verbinden. Jetzt zeige ich euch, wie er geht. Als erstes nimmt man die Hände, wie wenn man beten tut. Dann spaltet man die Mittelfinger so übereinander, dreht die Hand und schon ist es fertig. Es geht auch anders, indem man einfach alle Finger so hinauf tut, nur den Mittelfinger nach unten tut. Genau dasselbe bei der anderen Hand und dann ineinander schieben. Das ist für die Fortgeschrittenen. Danke.